Sie sehen es selbst, es geht los. Die drei Minister sind da. Es geht um die Kohlekommission. ... einen historischen Auftrag. Sie soll in der Region, die von Kohle betroffen ist, Perspektiven aufzeigen. Und sie soll deutlich machen, wie wir geplant aus der Kohle aussteigen und auch ein Enddatum festlegen. Und sie soll natürlich auch deutlich machen, wie wir unsere Klimaziele, die wir uns für 2020 gesetzt haben, wie wir die Lücke, die wir haben, wie wir die schließen können. Die Kommission ist jetzt sehr ausgewogen zusammengesetzt. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den regionalen Initiativen, aus den Ländern. Wir haben Umweltverbände, Gewerkschaften, Arbeitgeber, wirklich alle zusammen an einem Tisch. Und das ist auch gut, weil wir haben gute Erfahrungen mit solchen Kommissionen. In 2011 ist es gelungen, den Atomausstieg in einer ähnlichen Konstellation nach vorne zu bringen. Und jetzt haben wir die Chance, für die Kohle ein ähnliches Szenario zu entwickeln. Die Kommission ist wirklich ausgewogen, ist ein guter Weg. Sie wird jetzt ganz schnell starten, schon vor den Sommerferien. Und wir erwarten erste Ergebnisse zum Ende des Jahres. Ich bin sehr froh, dass das jetzt wirklich auf den Weg kommt und wünsche dieser Kommission einen guten Gemeinsinn, damit sie wirklich auch vorankommen kann. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Kommission, die wir heute eingesetzt haben, hat einen doppelten Auftrag. Es geht um Klimaschutz in den nächsten Jahren, damit wir unsere Verpflichtungen einhalten. Es geht aber auch und sehr prominent um Arbeitsplätze. Wir können unsere Verantwortung nur dann wahrnehmen, sowohl für das Klima wie für den Infrastrukturwandel, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bereich der Kohlestromerzeugung nicht die Opfer sind für politische Entscheidungen, die wir mit Blick auf Umwelt und Klima treffen müssen. Deshalb wollen wir neue Arbeitsplätze schaffen. Wir wollen eine neue Dimension, eine neue Dynamik des wirtschaftlichen Wachstums erreichen. Dabei wollen wir alle einbeziehen, die Reviere in der Lausitz und im Rheinland. Wir wollen einbeziehen die Kommunen und die Bundesländer. Wir wollen einbeziehen die Umwelt- und Klimaschützer, aber genauso auch die Vertreter der Wirtschaft, der Industrie und der Gewerkschaften, weil wir nur in einer großen gemeinsamen Kraftanstrengung die Herausforderungen bewältigen können, vor der wir stehen. Die Bundesregierung, das Bundesumweltministerium mit Kollegen Schulze, das Bundesarbeitsministerium mit Kollegen Heil und das Bundesinnenministerium mit Kollegen Seehofer sowie das Bundeswirtschaftsministerium. Wir sind uns einig, dass wir diese Kommission gemeinsam steuern wollen. Wir sind uns einig, dass wir alles dafür tun wollen, dass diese Kommission Erfolg hat. Und wir wissen, dass ein hoher Teil der politischen Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht, denn nur, wenn es uns gelingt, in einer anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung die Arbeitsplätze auch dort zu schaffen, wo sie dringend gebraucht werden. Nämlich dort, wo es Strukturschwächen gibt, dort, wo oftmals das Braunkohle- oder Steinkohlekraftwerk der einzige bedeutende Arbeitgeber in der Region ist. Dort wollen wir Arbeit hinbringen. Wir bringen die Arbeit zu den Menschen und wir wollen dazu beitragen, dass am Ende dieser Strukturwandel als etwas Positives erlebt wird, weil er die Chancen der Menschen in den betroffenen Regionen stärkt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, ich versetze den Kollegen Altmaier nach links von mir aus gesehen und fange mal nochmal an. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Strukturwandel, den es in Deutschland immer gegeben hat, der hat in den Regionen, über die wir jetzt reden, eine ganz besondere Bedeutung. Die Menschen in der Lausitz, die Menschen im rheinischen Revier, aber auch im mitteldeutschen Revier, die kennen Strukturwandel. In der Lausitz beispielsweise haben 1990 noch 100.000 Menschen in der Braunkohle gearbeitet. Jetzt sind es immerhin auch noch 10.000, aber denen muss man nicht viel über Strukturwandel erzählen. Die haben das schon erlebt. Aber wir stehen in der Verantwortung, in diesem Strukturwandel nicht Sicherheit vor dem Wandel zu geben, aber Sicherheit im Wandel und Perspektiven zu schaffen. Chancen und Schutz, das ist das, was wir brauchen für die Menschen, vor allen Dingen auch in der Lausitz, die sich fragen, wie es weitergeht. Strukturwandel ist meistens technologiegetrieben in Wirtschaft und Arbeitswelt. In diesem Fall ist es auch im Zusammenhang mit umweltpolitischen Entscheidungen zu sehen. Umso mehr müssen wir klarmachen in der Arbeit der Kommission, dass die Menschen in den Regionen sich auf uns als die Bundesregierung verlassen können, dass wir tatsächlich wirtschaftliche Perspektiven erarbeiten. Da geht es, und deshalb sind auch über diese Ressourcen hinaus weitere beteiligt, zum Beispiel um die Frage der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in den Regionen als eine wesentliche Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung, auch der digitalen Infrastruktur. Da sind wir sicherlich im Gespräch mit dem Kollegen Scheuer. Da geht es um die Fachkräfteentwicklung in dieser Region. Das werden wir als Bundesarbeitsministerium, Stichwort Fachkräftemonitoring, vornehmen, um daraus Schlüsse zum Beispiel für die Förderung von Forschung und Entwicklung in den Regionen zu machen, und wie die Kollegin Karliczek uns tatsächlich auch unterstützend in dieser Kommission zur Seite steht. Es geht um die Frage, welche Förderbedingungen haben wir in den Regionen und was müssen wir mit der Europäischen Union besprechen, damit gezielt wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung gefördert werden kann. Worum es geht, ist Strukturwandel zu gestalten und Strukturbrüche zu verhindern. Die Menschen brauchen eine Perspektive auf gute Arbeit in den Regionen, die Regionen brauchen eine Perspektive für langfristige Entwicklung. Und wir wollen die schwierige Aufgabe, Umwelt und Arbeit nicht gegeneinander zu stellen, sondern gemeinsam hinzubekommen. Jetzt anpacken in der Regierung, es hat ein bisschen gedauert, das haben Sie alle mitbekommen, aber es ist jetzt gut aufgestellt und wir werden dafür sorgen, dass diese Kommission die Unterstützung hat, zu einem Konsens zu kommen, aber vor allen Dingen zu Fortschritten, die Arbeit und Umwelt miteinander so vereinbaren, dass die Menschen in der Region eine gute Perspektive auf Arbeit und Lebensqualität haben. Herzlichen Dank. Warum haben Sie die Oppositionsfraktionen ausgeschlossen, anders als zunächst geplant? Wir haben eine Entscheidung darüber getroffen, wie diese Kommission am besten arbeiten kann. Es gibt aus der Geschichte der letzten zehn Jahre unterschiedliche Arten der Zusammensetzung von solchen Kommissionen. Dies ist ein gemeinsames Projekt der Großen Koalition und wir haben es als wichtig empfunden, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Bundestagsfraktion, die diese Koalition tragen, auch an der Arbeit der Kommission teilhaben können. Im Übrigen weise ich darauf hin, dass in der Kommission auch Persönlichkeiten berufen worden sind, die anderen Parteien nahestehen, die nicht in dieser Koalition mitarbeiten. Insofern ist die politische Ausgewogenheit gewährleistet. Ich will das beantworten. Zum einen ist es eine Industrieregion, die Lausitz, die nicht nur in der Braunkohle, in der Kohleverstromung, sondern auch in der Zulieferindustrie aufgestellt ist. Man kann sich nicht künstlich was ausdenken. Man muss tatsächlich ansetzen bei der Wirtschaftsförderung, auch an den wirtschaftspolitischen Gegebenheiten, an den Qualifikationen und die Traditionen, die es in der Region gibt. Es gibt zum Beispiel aber inzwischen in Schwarzheide auch die BASF als chemisches Unternehmen. Wir müssen gucken, dass wir im Sinne von Industrieförderung und auch von energiepolitischen Kategorien in diesen Regionen mit dieser Tradition denken und weiterentwickeln. Zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wie wir im Bereich Batteriezellenforschung und Batteriezellenentwicklung vorankommen und irgendwann auch in Deutschland hoffentlich an verschiedenen Standorten zum Thema Batteriezellenproduktion. Mir ist wichtig, dass wir eins auf dem Schirm haben. Die Menschen, die derzeit in der Braunkohle arbeiten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort, sind tarifgebunden und mitgestimmte Unternehmen. Die haben gute Arbeitsplätze und die lassen sich nicht abspeisen mit nicht guten Arbeitsplätzen. Deshalb müssen wir uns wirklich anstrengen, in dieser Region langfristige Perspektiven im Übergang zu organisieren. Kohle wird mit Sicherheit nicht kurzfristig ausgeknipst, aber vorher muss tatsächlich ein Strukturwandel auch so angegangen werden, dass das handfest ist. Und ich sage es mal ganz offen, die Regionen brauchen dann mehr als Gutachten über ihre Perspektiven, sondern sie brauchen Instrumente, die müssen auch finanziell unterlegt sein, damit der Strukturwandel im Sinne von besseren Perspektiven für Arbeit auch in den Regionen gelingt. Wenn ich dazu noch einen Satz ergänzen darf. Den Menschen in den betroffenen Regionen ist es wichtig, dass sie, wie Hubert Ushal das gesagt hat, eine konkrete Perspektive haben. Das heißt, wir müssen uns jeden potenziell betroffenen Standort ansehen und die Frage stellen, was können wir konkret tun, damit es dort neue Arbeitsplätze gibt. Und dann werden wir vor allen Dingen bei den innovativen Investitionen, die zu tätigen sind, auch versuchen müssen, das so zu konzentrieren, dass daraus ein Mehrwert entsteht. Der Bund und die Länder sind in der Pflicht, auch Behörden, Forschungseinrichtungen, Fachhochschulen dorthin zu verlagern, wo wir dann zukunftssichere Arbeitsplätze schaffen wollen. Wir wollen die Arbeit zu den Menschen bringen. Und es ist auch wichtig, dass die neuen Arbeitsplätze da sind und dass sie sichtbar sind, bevor die alten Arbeitsplätze abgebaut werden. Herr Altmaier, was hat denn hier zu der Kritik von Herrn Pfarrt, die Kommission sei keineswegs ausgeglichen, so wie das eben betont wurde. Haben Sie nicht alle an Bord in der Unionsfraktion? Wir haben in der Unionsfraktion gestern noch einmal die Zusammensetzung diskutiert. Ich habe darauf hingewiesen, dass neben den Vertretern der Industrie und der Wirtschaft und den Vertretern der Gewerkschaften sehr viele Persönlichkeiten in dieser Kommission sind, die ganz konkret Erfahrung haben mit dem Schaffen von Arbeitsplätzen, mit dem Bewältigung von Strukturwandel. Und es hat in der Bundestagsfraktion dafür auch sehr viel Beifall und Unterstützung gegeben. Ich fühle mich also von meiner eigenen Fraktion nicht nur sehr gut verstanden, sondern auch sehr gut unterstützt. Können Sie mir zum Zeitplan sagen, welche Aspekte bis zum Jahresende als Erstergebnisse vorlegen? Die Kommission muss ja jetzt erst mal anfangen zu tagen. Und wir wollen, dass es erste Ergebnisse bis zum Ende des Sommers gibt. Wir wollen aber auch eben deutlich machen, dass zunächst der Strukturwandel diskutiert wird. Das ist ja hier mehrfach betont worden. Es muss aufgezeigt werden können, welche Perspektiven es für die Regionen gibt, bevor man jetzt endgültig sagt, wann das Ausstiegsdatum aus der Kohle sein soll. Also wird das zunächst im Mittelpunkt stehen. Vor den Sommerferien fangen wir an. Die ersten Sitzungen werden vor den Sommerferien sein. Und erste Ergebnisse soll es zum Ende des Jahres geben. Ein Thema, dass die Arbeitnehmer besonders künftig beschäftigen wird, ist ja auch die qualitätsche Kanzelversicherung. Ja. Wir haben, vielleicht können wir das gemeinsam sagen, wir haben, das ist die Zuständigkeit unseres Kollegen Spahn, wir haben dazu gerade einen Gesetzentwurf beschlossen. Und darüber wird in der Bundespressekonferenz sicherlich ausführlich gleich informiert werden. Ja. Und wenn ich das sagen darf, die Große Koalition hat einen guten Start gehabt. Wir sind mitten dabei, die Festlegungen des Koalitionsvertrages umzusetzen. Das gilt für alle Punkte gleichermaßen. Und es wird ein großes Signal der Geschlossenheit und der Handlungsfähigkeit nach außen geben. Auch der Umstand, dass wir diese Kommission einvernehmlich einsetzen und besetzen, ist ein wichtiges Zeichen, dass wir die gemeinsamen Interessen des Landes und der Region in den Vordergrund stellen. Das ist der beste Weg, um auch Politikverdrossenheit zu bekämpfen und Bürger wieder an die traditionellen Parteien zu binden. Herr Altmaier, Sie sind ja auch Energieminister. Jetzt soll ja die Braunkohle dann längerfristig ersetzt werden. Welche Rolle schreiben Sie denn den erneuerbaren Energien dabei zu, auch in diesen Regionen neue Arbeitsplätze aufzubauen? Wir haben in dem Mandat der Kommission festgelegt, dass das Dreieck aus Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit für uns ganz wichtig ist. Die erneuerbaren Energien haben in den letzten Jahren einen starken Aufwuchs erlebt. Wir haben im letzten Jahr 36 Prozent der Elektrizität aus erneuerbaren Energien produziert. Und es wird darum gehen, dass man in den neuen Ländern auch moderne Energieinfrastruktur schafft. Sachsen-Anhalt beispielsweise und auch Brandenburg haben einen großen Anteil an Windenergie bereits. Aber es geht darum, dass man auch Hochtechnologiekomponenten der Energiewende in diesen Ländern ansiedelt, auch Forschungseinrichtungen ansiedelt. Darüber werden wir sprechen und dafür sind auch die richtigen Experten in dieser Kommission. Wenn ich ergänzen darf an dieser Stelle, wir sind uns einig, der Wirtschafts- und Energieminister, die Umweltministerin und auch das Arbeitsministerium, dass wir die Energiewende zusammen zum Erfolg führen wollen, im Sinne auch von Beschäftigungsperspektiven. Und wir wissen alle miteinander, dass der Stromsektor, um den es vor allen Dingen in diesem Bereich geht, nicht der einzige Sektor ist, in dem man Klimaschutzziele erreichen kann. Wir müssen auch über den Mobilitätssektor reden, wir müssen über die Industrie reden, auch die Landwirtschaft und auch den Bereich der Wärme und den Wohnungsbereich. Das ist ein Zusammenhang, der nicht eins zu eins in dieser Kommission zu klären ist, aber der auch geklärt werden muss, damit wir die ambitionierten 2030er-Ziele erreichen, ohne dass wir dabei Wohlstands- und Beschäftigungsverluste erleben. Im Gegenteil, da wollen wir Ausrüster der Welt sein mit modernen Technologien. Und das Stichwort ist zum Beispiel, Herr Kollege Altenmann, die Kollegin Wissende auch, die Kollegin Schulze weiß das auch, ist zum Beispiel die Frage der Sektorkopplung. Und da ist in den Regionen natürlich auch viel unterwegs an Know-how, wenn Sie an die BTU und Cottbus denken beispielsweise, an bestimmte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie die Fraunhofer-Gesellschaft, wie Helmholtz beispielsweise, mit denen wir flankierend etwas tun können, und mit Unternehmen zusammen diesen Weg auch zu gehen. Ich habe vorhin beschrieben, dass das Thema Batteriezellenforschung ein ganz wesentlicher Bereich ist, wo wir in Deutschland Technologieführschrift brauchen. Dafür brauchen wir Qualifikationen, aber dafür brauchen wir vor allen Dingen Wissenschaft und Forschung, am Ende eben auch Betriebe und Unternehmen, die sich da engagieren. Das wollen wir im Sinne von guter Arbeit unterstützen. So, vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihr Interesse. Wir werden uns jetzt bei Gelegenheit mit Ihnen noch ausführlicher unterhalten können. Für heute, schönen Dank. Der Einsetzungsbeschluss und die...